Jetzt bin ich bei Arwena. Arwena ist ein Jahr alt worden, gefunden mit ihren zwei Brüdern. Als sie gefunden war, war sie ungefähr nur so dünn, jetzt hat sie schon zugenommen. Sie war praktisch wie ein Skelett voller Narben. Und wie man hier hinten sieht, der Schwanz musste amputiert werden, da konnte man nicht mehr retten. Und sie ist ganz so verträglich, obwohl sie ja noch so eine junge Geige ist, ganz verschwunden. Als ich reinkam, wurde ich sofort freudig begrüßt. Und ihr seht, keinerlei Ängste, wunderschönes Tier, unbeergesund, keine Krankheiten, kein Traum. Sie ist verschwunden.